Oh man, auf dieses Video freue ich mich schon eine ganze Weile, denn heute ist es soweit, ich hole mein neues Auto ab. Ich bin aufgeregt, weil ich habe eben gerade einen Anruf bekommen, dass ich das Auto abholen kann. Eigentlich hätte es noch ein paar Tage länger dauern können, jetzt ganz spontan ist mein Auto doch schon da und abholbereit. Und das heißt, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Berlin, hole das Auto ab, nehme euch natürlich mit, zeige euch das Auto und ihr werdet auch erfahren, wie es mit dem Puls da weitergeht. Den habe ich ja noch bis Februar und all das erfahrt ihr in diesem Video. Ich freue mich. Kennzeichen und Papiere sind auch ready, also los geht's. Ja, es gab eine kleine Planänderung. Ich habe das Auto abgeholt, ich konnte allerdings nicht filmen und das aus mehreren Gründen. Zum einen, ich durfte nicht filmen, zum anderen, es war schon dunkel und das Videomaterial hätte eh nicht gut ausgesehen. Und zum dritten, es hat total geregnet. Da wollte ich euch das Auto lieber jetzt mal in Ruhe zeigen und genau das ist der Plan. Ich zeige euch das Auto jetzt und viele von euch haben es sich wahrscheinlich schon gedacht anhand des Kennzeichens und auch so erahnt, es ist tatsächlich ein Tesla geworden, ein Model 3 Performance. Also warum jetzt doch ein Tesla, werden sich wahrscheinlich einige fragen. Mit dem Puls da 2 war ich mega zufrieden. Ich liebe dieses Auto, so wie ich es umgebaut habe. Macht es einfach ultra Spaß zum Fahren. Trotzdem muss man sagen, in den letzten zwei Jahren hat sich technisch einiges getan in der Elektromobilität. Die Autos, die haben eine bessere Reichweite. Es gibt jetzt Wärmepumpen und alles drum und dran. Und auch bei Tesla, die Qualität ist besser geworden. Und das waren alles so Punkte, wo ich mir gedacht habe, so, ich sollte es zumindest mal ausprobieren. Einfach mal gucken, ob ein Tesla vielleicht doch das richtige Auto für mich ist. Und wenn die Krähe da oben mal aufhört, mich hier beim Aufnehmen zu stören, dann kann ich euch das Auto auch mal in Ruhe zeigen. Ein Model 3, sind wir ganz ehrlich, kennt ihr. Das habt ihr schon 10.000 Mal in irgendwelchen Videos gesehen. Es ist ein Model 3 Performance mit Dual Motor. Deswegen auch das Kennzeichen. Und ich kann euch sagen, das Ding, das macht so Spaß. Stand jetzt ist dieses Model 3 noch zu 100% Serie. Aber ich kann euch versprechen, dabei wird es nicht bleiben. Es wird schon heute anfangen, dass dieses Auto umgebaut wird. Und ich freue mich drauf. Kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ihr werdet gleich auch noch erfahren, welche Umbauten alle geplant sind. Vorweg aber nochmal, weil bestimmt einige von euch fragen werden. Tesla hat ja angefangen, die Ultraschallsensoren im Model 3 und Model Y rauszulassen. Mein Auto hat tatsächlich keine Ultraschallsensoren mehr. Ich habe mich ein bisschen drüber geärgert. Aber muss auch zugeben, bisher komme ich ziemlich gut klar. Ich hatte noch keine Situation, wo ich das Gefühl hatte, dass ich die irgendwie gebraucht hätte. Weil ich habe ja trotzdem die Kameras, die auch gut funktionieren. Ich kenne die Abmessungen von dem Auto so ganz grob zumindest. Und dementsprechend komme ich bisher sehr gut klar. Trotzdem sieht das Auto leider nicht mehr ganz neu aus. Ich will nicht sagen, ich hatte einen kleinen Unfall. Aber zumindest eine kleine Begegnung mit einem Schlagloch. Was sehr groß und auch sehr tiefer. Also kleine Warnung an euch. Wenn ihr in Leipzig unterwegs seid. Hier gibt es sehr viele Schlaglöcher. Einige davon sind besonders tief. Und die können den Felgen und den Reifen wehtun. Hier kann man es sehen. Der Reifen hat eine kleine Macke. Und auch die Felge, die wurde hier leicht angekatscht. Und auf dem hinteren rechten Reifen sieht es genauso aus. Aber gut, von außen muss ich euch glaube ich nicht mehr zeigen. Ein Model 3 habt ihr schon mal gesehen. Wir springen mal rein und dann fahren wir eine Runde. Bevor ich euch aber im Detail erzähle, was ich für Umbauten mit dem Auto geplant habe. Und warum es jetzt doch ein Tesla geworden ist, geht erstmal ein riesengroßes Dankeschön raus an Insta360. Die haben nämlich dieses Video hier mit unterstützt. Und einige von den Aufnahmen, die eben gerade schon eingeblendet wurden, die habe ich hier mit der Insta360 X3 aufgenommen. Das ist eine 360 Grad Kamera. Und das Coole dabei ist eben, dass man rundum filmen kann. Man kann später festlegen, welchen Ausschnitt man haben möchte. Und man kann zum Beispiel auch geile Perspektiven wählen, wo man normalerweise eine Drohne braucht. Oder zumindest eine zweite Person, die diese Aufnahmen macht. Und all die Aufnahmen, die ihr jetzt gesehen habt, die habe ich alleine gemacht und mit dieser Kamera. Es gibt zum Beispiel auch geiles Zubehör wie diesen Teleskopstab, den man bis zu drei Meter ausziehen kann. Und einfach irgendwo befestigen kann. Oder natürlich auch Saugnäpfe, die man dann easy mal hier an der Scheibe festmachen kann. Die Insta360 X3 nimmt bis zu 5,7K mit 30 Bildern pro Sekunde auf. Ist schön handlich und klein. Hat eine mega gute Akkulaufzeit. Und für Leute, die einfach viel unterwegs sind und kleines Equipment dabei haben wollen, um vielleicht mal verrückte Perspektiven auszuwählen, die sollten sich die Kamera auf jeden Fall mal anschauen. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Das ist so ein krasses Gefühl, mit diesem Computer auf vier Rädern durch die Gegend zu fahren. Und es ist auch noch mal was ganz anderes als der Pulsar 2. Ich mag den Pulsar 2 auch echt gerne. Ich habe den ja auch noch hier zumindest bis Februar. Und werde auf jeden Fall auch noch mal eine ganze Menge Spaß damit haben. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt auch einfach mal die Tesla Experience auszuprobieren. Wie ist es mit diesem Infotainment, mit regelmäßig neuen Features und so unterwegs zu sein? Weil da muss man sagen, in den letzten beiden Jahren, wo ich den Pulsar hatte, hat sich zwar einiges getan. Es gab ein paar Updates. Es wurde auch immer besser. Aber irgendwie saß ich dann immer daneben und habe gesehen, was für coole neue Features Jonah und Felix in ihren Autos bekommen haben. Und bei mir hat sich einfach nicht ganz so viel getan. Dementsprechend war mein Interesse auf jeden Fall auch da. Mir war aber auch von vornherein klar, dass ich bei dem Tesla einiges umbauen werde, weil es viele Punkte gibt, die mir nicht gefallen. Natürlich wird er foliert. Und dreimal könnt ihr raten, wo ich gerade hin bin auf dem Weg. Ich fahre nach Bremen, damit der Tesla foliert werden kann. Die Folie ist auch schon da. Und auch so das Fahrwerk. Natürlich muss das Fahrwerk gemacht werden. Die Bremsen muss ich auch mal gucken, was da gemacht wird. Felgen habe ich gestern bestellt. Ich freue mich drauf. Die kommen dann im Sommer drauf. Und ich glaube, das wird auch nochmal eine richtige Besonderheit. Die sind ultra leicht. Mehr möchte ich dazu noch nicht sagen. Aber ich habe einfach Bock, an diesem Auto rumzubauen. Und das so zu personalisieren, dass es halt nicht noch ein weiterer Tesla ist, sondern dass es mein persönlicher Tesla wird. Der Innenraum wird natürlich auch gemacht. Hier dieser helle Dachhimmel gefällt mir persönlich gar nicht. Gleichzeitig habe ich mir dann auch gedacht, wenn der Innenraum schon halb auseinander gerupft wird, vielleicht mache ich dann ein bisschen mehr als nur den Dachhimmel. Also auch da wird ein bisschen was kommen. Und ich habe einfach richtig Bock drauf. Ich freue mich drauf. Auf den Autopiloten habe ich extra verzichtet, weil ich persönlich habe den beim Puls schon so gut wie nie benutzt. Jetzt beim Tesla brauche ich ihn persönlich jetzt auch nicht, weil ich einfach super gerne selber Auto fahre. Und wenn es mir doch irgendwann nicht mehr reicht, dann kann ich ja einfach in der App den In-App-Kauf machen und den Autopilot freischalten. Das finde ich halt einfach super geil an Tesla, dass man so viel einfach unkompliziert über die App machen kann. Allgemein diese Integration zum Smartphone und so ist nochmal deutlich besser als beim Puls. Da hatte ich mega viele Probleme mit der Klimasteuerung, mit dem digitalen Schlüssel, hat andauernd irgendwas nicht funktioniert. Und all diese Probleme werde ich hoffentlich mit dem Tesla nicht haben. Und ich kann euch sagen, bisher habe ich sie auch noch nicht. Auch die Reichweite ist richtig krass im Vergleich zum Puls. Ich sage euch, wie es ist. In der Stadt hat dieses Auto den halben Verbrauch vom Puls, den ich hatte. Und auf der Autobahn auch locker mal 10 Kilowattstunden weniger bei gleichem Fahrstil. Ich fahre jetzt nicht besonders WLTP-freundlich und mit dem Auto komme ich deutlich weiter. Und das ist natürlich mega geil, weil ich so auch bei einem Unterschied von 10 Kilowattstunden spare ich einfach locker mal 3 bis 4 Euro auf 100 Kilometern. Ich habe noch 43 Prozent Akku und er sagt, ich komme damit noch 180 Kilometer. Das sind Werte, die habe ich mit dem Puls 2 niemals geschafft. Ich habe gerade einen Durchschnittsverbrauch von 15 Kilowattstunden mit einem 500 PS Auto. Wie? Wirklich? Wie haben die dieses Auto so effizient bekommen? Ich finde es technisch einfach richtig beeindruckend, was Tesla hier gemacht hat. Und auch wenn das Auto nicht perfekt ist und man hier und da vielleicht noch ein bisschen was optimieren könnte oder umbauen könnte, dann freue ich mich, das zu machen. Ich freue mich, das Auto zu einem Unikat zu machen, mit dem ich Spaß habe, wo ich mich reinsetze und wo ich meine Freude habe, wo ich meine Erfahrungen mitsammeln kann und einfach mit dem Auto unterwegs sein kann. Ich liebe es. Ich fahre jetzt weiter nach Bremen und dann sehen wir uns da nochmal. Ich bin jetzt hier in Bremen bei Vinyl Tech angekommen. Im Hintergrund könnt ihr es sehen. Das kennt ihr, glaube ich, noch. Ich habe das Auto auch direkt mal reingefahren, damit die anfangen können mit Folieren. Und ich habe eben gerade auch zum ersten Mal die Folie, die ich mir ausgesucht habe, live selbst gesehen. Und ich kann euch sagen, sie sieht richtig geil aus, welche Farbe es geworden ist und wie das Auto mit der Folie aussieht. Das erfahrt ihr aber im nächsten Video, also abonniert auf jeden Fall den Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Bis dahin. Ciao.